Goodrich Corporation war ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Charlotte, North Carolina. Das Unternehmen war im S&P 500 gelistet. Das Unternehmen wurde 1870 von Benjamin Goodrich als Goodrich, TEW & Co. in Acon gegründet. 1880 änderte sich die Firma des Unternehmens zu B.F. Goodrich Company in den 1980er Jahren zu B.F. Goodrich und 2001 zu Goodrich Corporation. Unter anderen Erfindungen ist das Unternehmen auch für die Entwicklung des Reißverschlusses verantwortlich. 1981 erzielte die B.F. Goodrich weltweit einen Jahresumsatz von 1,16 Milliarden US-Dollar und hatte einen Weltmarktanteil bei Autoreifen von 3,9%. 1986 fusionierte das Unternehmen mit Uniroyal und wurde zu einem der weltweit führenden Hersteller von Reifen und Gummi. 1988 wurde dieser Produktbereich mit der Reifenmarke Goodrich an Michelin verkauft, welche sie heute noch vermarktet. 1997 erwarb Goodrich die Unternehmen Euro Industrieso und Kultec Industries. 2002 kaufte man TRW Leronautical Systems von TRW Inc. Die Ausgliederung der Spezialchemie und Dieselmotoren sparte und die Änderung des Firmennamens schlossen den Unternehmensumbau ab. 2011 wurde das Unternehmen von der United Technologies Corporation übernommen. 2012 wurde Goodrich mit Hamilton Sundstrand zu UTCRO Space Systems fusioniert. Sonstiges Aufgrund der Bekanntheit der Reifenmarke Goodrich verwendet das Unternehmen vor deren Verkauf in der Werbung den Slogan See a red blimp up in the sky. We are the guys. Damit wird außerdem auf den Konkurrenten Good hier angespielt, der auch Prallluftschiffe herstellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.